So, da sind wir wieder, wieder mit dem Ding rausgeschmissen worden. Wir könnten also gar keine Kaltgetränke sammeln, da müssen wir immer mitrechnen, da trinken wir. Gut, nichtsdestotrotz, wir suchen die Azurne, die ist nicht doof, verdammte Scheiße, da können wir eigentlich das Lager reißen. Wollten wir ja eh hin, aber zentrales, östliches, na wie war das jetzt? Lager heim, nein, östliches. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Kaltgetränke fühle, man gönnt sich ja sonst nichts. So, immerhin drei, das ist doch gut, ich finde das klasse. So, sollte man jetzt für diese Dame, das ist ein Razzian, ist in einer anderen Farbe, aber Razzan die netto ist. Uragan ist da und der andere, der Dodo. Kann man da auch was lesen? Schupe, ah, das ist gut. Eine Schupe, da ist er doch schon. Wo ist er? Wo ist er? Uragan entdeckt. Hahaha. Tut er gar mal entdeckt. Schupe, da ist er. Schupe, da ist er. Schupe, da ist er mal genau. Kerben, das sind die Kerben von der. Oh mein Gott, geht schon wieder los. Können wir mal... Schupe fallen, ist jetzt falsch. Mit der Kapsel eher vielleicht. Da sind sie nicht gerne. Er legt sich mit jedem Odervogel, ja. 20 Points. Gut. Haben wir da was zum Hochballern? Siehst du das? Kristall-Explosion. Okay, immer, ja. Das machen wir, ne? Aber dann habe ich, glaube ich, noch nie gesammelt an einer Hauke. Sind jetzt sicher. Ja, aber... Wow, sie findet wieder was. Sie kann ihn nicht. Anonymer Schädel. Wow. Eine Art von einem anonymen Drachen. Und da ein anderer anonymer hier. Anonymer Follower, oder was? Was ist das? Zerbrochener Stein. Zerbrochen oder erbrochen? Schupe plus, aber warum nicht? Fussballern haben wir, glaube ich, genug, oder? Okay. Aber was ist denn jetzt kaputt? Ist noch ewig das Ding hergegangen? Da hier? Ist die Doku, ne? Da könnten wir eigentlich auch mal Hilfe offeren, oder? Wir haben ja die... diese kleinen Biese da. Sind die jetzt hier gewesen? Ich glaube, da unten ist. Da gibt es noch eine. Oh, oh. Halt mal, Gelinde. Die holen wir. Die holen wir uns hin. Von denen. Geierlacka. Ob, Gelinde, Geierlacka verstehe. Geierlacka-lacka. Das ist ein klasse Eis. Mir gefällt es dir. So ist es auch. Schneeballrede, oder? Mit denen kannst du das? Geierlacka-Anführer. Der gilt sogar auf unserer Seite. Ah, super. Das finde ich klasse. Dann gehen wir hier raus. Ich glaube, da gehen auch die Spähkäfer hin. Gut, das war jetzt vielleicht sinnlos. Auf der meiner Kiste. Jetzt gucken wir mal, ob wir den da vielleicht auf der Karte sehen. Da ist er da. Ich glaube, sicher ist sicher. Der Käfer, ne? Ich muss irgendwo solche Herze schon mit einem Flügel wählen. Die Hitze macht ja auch, ich schaffe ja schon ein paar. Und die auch noch was wäre. Was hat denn der in der Hand, oder? Das macht keinen Spaß. Das sag ich euch gleich. Jetzt bin ich zurück für den Rundflug, war das? Ne, lustig ist nicht. Bleibt doch bitte. Wow. Guter Schade. Wow, mächtig. Aha. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtig. Ich gehe noch da hin. Und da, ich weiß auch noch was. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Wieder der Nenner. Uragan dreht seine Runde. Besonders großes Exemplar. Jetzt ist es. Ja, denn jetzt? Ja, denn jetzt? Das wollen wir denn jetzt? Auch gibt's alles. Was damit? Wow, 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 komm. Langsam, langsam, langsam. Wow, Bruder, ich kriege die Toto. Noch eine. Nee, das war super. Oh, ja, ja. Ja. Ja, ja. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn da rüber? Oh, das mag er nicht. Komm schon los. Aber das gibt kann man ja. Ja, ich kann ja. Gut, ich habe die große Filze, ja. Das ist kein Vista, ey. Mal, was hier? Das ist ja nicht so gut. Das ist ja auch gut. Das ist gar nicht so hoch, die Kröder. Oh, doch, ein Klebi ist schon wach. Soll ich da was trinken oder wir sitzen in den Fuß? Trinken wir erst mal. So, jetzt noch mal. Linde, hopp! Schnell! Das wird gesessen, gebrochene Teile. Das wird echt gesessen, Freunde. Soll ich nicht hoch, nicht nur in die Dreh. Komplexes Aufriffsschema. Jo! Langsam, langsam. Ich wollte ja alles grillen, was hier durch die Gegend fliegt. Das ist kein Schlag. Ich bin ja nicht so blöd dabei, das zu laden. Ja, ja. Ich krieg das einfach mit der Pira rein. Jetzt muss ich weg, Linde. Au, au, au. Da haben wir aber Schweinschen gehabt. Wenn wir da jetzt noch einer von den Simpelhäunen. Ach gut, wir kriegen mit dem Megakorn gar nichts voll, oder? Ach so, der Kessel, ne? Okay. Zu viert sind wir zu viert. Wie heißt's? Die vier Musketiere. Das schaffen wir ja nicht mehr. Okay, wache Schafe, ne? So, Kumpels, auf geht's. Das ist da draußen hoch, gell? Jetzt sind wir da Puste. Oh, halt. Kein Thema. Hier sind wir noch im Feuer. Wie ist Stefan? Genau. Da haben wir halt an den Höhe gewissen. Genau. Ja, das ist doch super. Wo ist Stefan? Das ist doch so cool. Warte mal einen Moment, wir holen die mal runter. Ich bin jetzt schon weid, ey. Kenners? Das ist das, unser Gegner, nicht ich. Das ist ja der Gegner, nicht ich. wow der war nicht schlecht wow das war nicht schlecht Kaline ehrlich das war echt nicht schlecht das war echt nicht schlecht und jetzt war raus und hoppa und 1 und 2 und 3 und jetzt das war jetzt leider zu weit weg wieder aber so ähnlich können es ablassen ich hoffe ich dass die noch irgendwie schön dort bleibt das darf ich nicht aber nicht mehr durch den Bus stehen das wird kritisch Kaline bitte das war nicht gut mit dem Bus weg Kaline wir haben doch eine andere Scheiße dabei wo ist denn die ist denn der Bus ist der jetzt schon wieder weg so Kaline warte mal und gleich was mit Blitzkatzel da wird nicht viel zurück gut 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 schön gut du sollst du da hinten rum fucht du Pissknorre langsam 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 ja zu nah auch Endtreffer doch klasse viel zage hätte oder was der kann ich nicht von der gelben zur jetzt oder bleibe runterbleib warte 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 die scann gerade jetzt jetzt machen wir einfach mal das so was machen können wir einigermaßen so jetzt kennst du noch oder du kennst schleife durch die verschleife entschieden ist akzeptiert wir reden später darüber so moment 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 was ist das ja nichts klar dann machen wir das noch mal wir haben das jetzt gemacht so und die können wir noch ein paar mal brauchen wird ich vielleicht kommt ihr bitte fachbombe nitropilz sieht man auch noch dauerkennen da ist er okay da war aber Das ist so weit. Ja, das ist klar. Komm mal langsam, langsam geliefert. Oh, rundherum schlägt. Oh, ne, oder? Ach komm. Zeig, warum geht denn das? Wusste ich gar nicht. Wann der Haut jetzt? Moment. Oh, wow, wow. Sollte man unter Umständen... ...kommt nicht mehr. Vielleicht noch einer. Dreh dich mal rum. So, ja. Jetzt. Ja, das war zu viel. Okay, dann. Dann spuckst du Feuer wieder. Jetzt geh runter. Oh, ne, Freunde. Ich bin zu blöd. Weil das ging zu bedienen. Gut, jetzt müssen wir mal kurz. Wurde. Hier, da hast du einen Trank. Uiuiuiuiuiuiuiui. Weg hier! Okay, da ist es dabei. Ok, ok, ok. Bis dahin. Ok, was ist das? Jetzt? Ey, ich weiß das ja auch schon wieder. Aber ich hab doch das gegen die Scheiße. Gut, jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt bringt es weiter. Frisch nur noch Steuern. Dann ist das die Plitzkarte auf der Seite, der Linde. Oh, dann gehen wir lieber weg. Wir brauchen hier diese Scheiße. So, und dann machen wir das doch schon mal. Herstellungsliste... ...Sitzkabel. Können wir noch machen, kein Problem. Die tun wir auch gleich... ...ausrüsten. Dann, ne? Genau. Waffelschaden. Und... ...einen Traum. Und dann gehen wir weiter. Liegt hier. Ich weiß, aber momentan... ...ähm... ... ...okay, aber warum eigentlich nicht? Genau. Bumpenkapsel. Das könnten wir aber trotzdem, die Blitzkapseln... ...naja, haben wir drei Bumpenkapsel. Die ist so hoch. Die Aussie hat aber schon... ...den kreisenden... ...totenkopf über ihrem Haupt... ...den kreisenden... ...totenkopf über ihrem Haupt... ...den totenkopf kreisend über ihrem Haupt... ...ja. Oh, ein Frostbill. Ja, ne. Ist die jetzt so, ne? Ja, miau. Ist die jetzt so, ne? Ist die jetzt so, ne? Ist die jetzt so, ne, Freunde? Da, nun, ne? Was macht die da, ne? Sieht fast so aus, ne? Sieht fast so aus, wie wenn die da irgendwo... ...hier behausen wird. Oh, die Kaltgetränke. Warte, 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 warte. Wir nehmen wir noch ernst. Ich muss auch was anderes. Es gebe Kaltgetreide. Die ist doch nicht, Herr Freunde. Warte mal. Doch. Falsche Richtung. Da, da muss die irgendwo sein. Da hinten dran. Scheiße, die auch holt sich zu schnell. Das müssen wir irgendwie übersehen, aber... Hopp, Galinda. Ich weiß auch nicht, was los ist mit dir. Du siehst doch die Spähkäfer. Siehst du die, ne? Da ist sie doch. Wieso? Wieso hocken die? Ich hab gemerkt, ich schläft jetzt irgendwo. Ja, scheiße. Gut. Auch das muss gelernt sein. Streck dich nicht. Das ist abartig, ja. Gut. Noch mal hoch, Galinda. Jetzt, Galinda. Pass auf, Galinda behalten. Erst angreifen. Fett halten. Angreifen. Jetzt, Achtung. Schäfer. Neustichen. Bewegen. Angreifen. Elemente entladen. Jetzt, Achtung. Das war gut. Gut, das war nicht so schön, aber es gibt schönere Skalinde, das gebe ich da recht. Wir machen unsere Besser. So, da kommt er. Das ist doch nicht wegfliege jetzt, ich sag' ich. Gut, das ist vom Rand, das ist ja unerfindlich. Das könnte man machen jetzt, die fliegt ja noch nicht. Vielleicht muss ich uns umsetzen. Wenn sie jetzt wegfliegt, kann ich in der Hauschauer aber eine Blitzkapsel in der Ruhe. Der ist ja schon fast vorbei. Wow, 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 wow. Eng schlafen, das beginne. Ui. So, Gelinde, das war ganz gut gemacht. Was gibt es nicht von der Tante? Azurna Ratalus Schuppe. Jetzt gibt es halt die Farbe, die machen wir jetzt. Die nächste ist die schwarze. Schwarzblauen. Ja, das machen wir jetzt. Da hat er los, Flügel. Schon gibt es nichts mehr. Alles klar, Freunde. Wir warten noch, machen wir dann. was wir noch so kriegen, unter Umständen. Vielleicht ist da noch ein bisschen was dabei. Ja, Freunde. Ja. Das ist krass, oder? Das ist aber der Hauptkling, der Anführer. Und ich nehme mich beeinflussen, Freunde. Das da, das könnte man als Bild nehmen. Das mache ich im Screen schon. Sieht ganz gut aus. Und dann gab es noch einmal Schuppe, Rückenpanzer, Schuppe, Flügel, Rückenpanzer, Hüllenbeutel. Rückenpanzer, Hüllenbeutel, Brustkugel 3, alle auch. Hartknochen brauche ich immer noch. Spitzknochen, nicht unbedingt. Hüllenbeutel, Hüllenbeutel. Brutaler Knochen brauche ich auch noch. Alle auch, Süßküller. Mache ich einen Cut. Macht's gut.